Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde im Mittelalter. Wir haben die dritte Brücke der dritten Welt und unsere Aufgaben heißen Baue eine Brücke, um die Vorräte zur Burg zu bringen. Gib nicht mehr als 53.000 aus. Okay, probieren wir das Ganze. Also, wir haben ein sehr weites Stück. Dann fangen wir erstmal wieder an, wie immer. Das heißt, hier schön zu den Seiten bauen. Und dann, tack, tack und tack. Dieses Stückchen hier ist nicht gerade, deswegen brauchen wir hier wahrscheinlich Holz zum Absichern. Und die Konstruktion oben können wir eigentlich so gut es geht. Wir machen hier noch eine Absicherung rein. Und probieren das Ganze hier nach oben zum Ziehen mit Holz. Haben allerdings dieses Mal keine schöne Möglichkeit, das nach hinten hin noch mit Seilen irgendwie zum Verspannen. Deswegen probieren wir es trotzdem einmal so. Vielleicht klappt es ja. Ich glaube es nicht. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ja, das geht gar nicht. Also, wir haben noch genügend Kohle. Deswegen können wir das Ganze hier auch aus Stein machen. Einmal und zweimal. So, und machen hier noch eine Querstrebe rein. Jeweils. Die soll auch auf den Zug. Wir haben noch Kohle. Keine Angst. So, passt das oder? Wir machen es ein bisschen kleiner. Gefällt mir nicht ganz so. Zack. Damit der Winkel einfach besser für uns ist. So, jetzt wieder mit Seilen verspannen. Dann noch ein bisschen Holz. Wir haben noch Kohle. Zack. Und jetzt können wir auf diese Teile hier entsprechend auch mit den Seilen gehen. Und schauen nochmal, ob das geht oder ob wir noch mehr brauchen. Wir hätten noch die Kohle. Also, der erste Teil hebt. Oder auch nicht. Also, schauen wir noch weiter. Wir brauchen noch ein zusätzliches Seil. Einmal hier. Einmal hier. Da ist unsere Querstrebe. Dann sichern wir, glaube ich, den Mittelteil auch noch durch extra Hülser aus. Das heißt, einmal hier nach oben. Dann nochmal hier nach oben. Und auch hier nach oben. So. Einmal, zweimal. Und jetzt machen wir das Ganze hier ganz stabil. Und damit sieht es eigentlich schon recht gut aus. Schauen wir nochmal nach. Also, der erste Teil hebt jetzt wie eine Eins. Hier wird es ein bisschen belastet, der Mittelteil. Aber sie kommen alle gut durch. Ja, sie haben es drüber geschafft. Und wir durften sogar noch unter unserem Geldlimit sein. Jawohl, 50.000 haben wir gebraucht. Das war die Brücke Nummer 3 in der dritten Welt. Ich hoffe, jetzt wird es gleich wieder mal ein bisschen spannender hier mit einstürzen lassen. Und so weiter. Aber das sehen wir dann morgen in einer neuen Runde hier im Mittelalter. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen. Bis dann. Jawohl. 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 Vielen Dank.